Hast du zufällig den Doktortitel? Den wie bitte? Den Doktortitel. Was ist das? Wenn du irgendwo studierst. Ja. Dann machst du am Schluss eine Schlussarbeit. Nicht. Gimmi. Später als Gimmi. Med. Wenn du zum Beispiel Medizin studierst. Es geht besser als Doktor. Was? Präsident. Obama. Gut, aber Obama kannst du nicht als Titel machen. Oder Spitzensportlerin. Das geht auch? Ja. Was zum Beispiel? Federball. Was ich zahle, wie? Ja. Fünf lieber. Lieber Obama oder lieber Professor? Obama, Mann. Ja. Ja, der geht mehr ab, Mann.